Im Ausland kann der Zugang zur lokalen Gesundheitsversorgung verwirrend, schwierig oder sogar kostspielig sein. Cigna hat eine Lösung. Wir haben ein Programm entwickelt, das Ihnen den Zugang zu hochwertiger, kostengünstiger Gesundheitsversorgung verschafft, der Sie vertrauen können. Ganz in Ihrer Nähe. Und das ist Cigna Links. Cigna Links ist ein Zusammenschluss zwischen Cigna und lokalen Verwaltern aus bestimmten Ländern auf der ganzen Welt. Diese Allianz erleichtert Ihnen den Zugang zu einer erstklassigen Gesundheitsversorgung, die Ihnen über ein breites Netzwerk aus Gesundheitsdienstleistern vor Ort angeboten wird. Die Zusammenarbeit mit lokalen Verwaltern, die vor Ort bereits etabliert sind, ermöglicht es den Dienstleistern, ihre Rechnungen für erbrachte stationäre und ambulante Behandlung Cigna direkt in Rechnung zu stellen. Eine Zahlung und der anschließende Erstattungsantrag sind daher nicht notwendig. Cigna Links hilft uns, die Zusatzkosten zu verringern, da wir vor Ort bessere Preisnachlässe vereinbaren können. In einigen Fällen kann sogar Ihr Versicherungsschutz gemäß Ihrem Leistungsplan erweitert werden. Cigna Links ist gegenwärtig in vielen verschiedenen Ländern verfügbar. Hierzu zählen führende globale Märkte wie Kanada, Brasilien, China und die Vereinigten Arabischen Emirate. Wenn Sie Bürger einer dieser Standorte sind oder dort arbeiten, haben Sie Zugang zum lokalen Cigna Links Programm und zu unserem globalen Netzwerk. Unser Ziel ist, Ihnen und Ihrer Familie den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erleichtern. Für manche Cigna Links Standorte erhalten Sie eine weltweit gültige Cigna Mitgliedskarte, die das Logo des lokalen Cigna Links Netzwerkverwalters trägt. Wenn Sie eine Behandlung erhalten, brauchen Sie bloß Ihre Mitgliedskarte vorzuzeigen. Mitarbeitern, die Bürger der folgenden Länder oder dort ansässig sind, wird eine Cigna Links Mitgliedskarte ausgestellt. Sie erhalten diese zusätzlich zu Cigna Links Mitgliedskarte. Verwenden Sie Ihre Cigna Links Mitgliedskarte nur dann, wenn Sie eine Gesundheitsdienstleistung in einem der Cigna Links Länder in Anspruch nehmen. Weitere Informationen zu Cigna Links in Ihrem Heimat- oder Gastland entnehmen Sie bitte dem Cigna Links Begrüßungsschreiben, das Sie zusammen mit Ihrer Mitgliedskarte erhalten. Sie können uns auch jederzeit anrufen. Wenn Sie nach einem Gesundheitsdienstleister außerhalb oder innerhalb des Cigna Links Netzwerks suchen, nutzen Sie bitte die Suchfunktion Ihres Cigna Envoy Accounts oder Ihrer Cigna Envoy Mobile App. Mit Cigna Links genießen Sie die Vorteile unserer Beziehung zu lokalen Verwaltern, die sich dafür einsetzen, dass Sie auf der ganzen Welt Zugang zu hochwertiger, kostengünstiger Gesundheitsversorgung haben.